Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Wer ich? Ja, du! Niemals! Wer dann? Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Matteo hat den Keks aus der Dose geklaut. Wer ich? Ja, du! Niemals! Wer dann? Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Elias hat den Keks aus der Dose geklaut. Wer ich? Ja, du! Niemals! Wer dann? Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Johanna hat den Keks aus der Dose geklaut. Wer? Ich? Ja, du! Ja, gut, ich war's.